Liebe Perspective Community, wir haben gefragt, du hast geantwortet, wir haben eine Umfrage gemacht, welche Komponenten du dir in deinen Funnels als nächstes wünschst. Und eine der Antworten, die wir von dir, von euch am häufigsten bekommen haben, war eine FAQ-Komponente beziehungsweise Accordion Block. Okay, was ist das und warum ist es so cool? Das möchte ich dir jetzt in diesem kurzen Video einmal kurz demonstrieren. Ich switch mal ganz kurz. Das hier ist ein Fallstudien-Funnel. Das heißt, ein Fallstudien-Funnel ist am Ende des Tages nichts anderes wie so ein bisschen wie ein Freebie-Funnel. Das heißt, wir haben ein richtig cooles Wertversprechen. Hey, mehr als 2000 qualifizierte Jobbewerber mit diesem Social Recruiting-Prozess. Und wenn man sich dann einträgt, bekommt man hier eben wirklich die Case Study direkt gezeigt, die Fallstudie eben präsentiert. Okay, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern das ist jetzt ein Funnel, so wie du auch wahrscheinlich viele verschiedene Funnel-Typen hast, aber es hat bisher ein Block gefehlt. Und der Block ist wirklich wichtig für Online-Marketing und warum, das möchte ich dir gleich einmal zeigen. Aber kommen wir erstmal zum Block. Du klickst hier einfach auf Plus und du findest jetzt hier neu, wichtiges Side-Note. Das ist in allen Perspective-Plänen freigeschalten. Das heißt, du hast dieses Feature definitiv. Du klickst hier drauf, dann fügst hier mit einem Klick den Accordion-Block ein, den FAQ-Block. Du kannst auch hier das direkt eben im Editor schon sehen, wie sich das auch dann für deine Kunden verhalten wird. Und ja, die Editier-Möglichkeiten sind wie immer super easy, aber dennoch kannst du es cool customizen. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt dem Kästchen hier eine blaue Farbe zu geben. Wenn du dem eine blaue Farbe jetzt zum Beispiel gibst, kann ich dir halt nur empfehlen, die Schrift hier weiß zu machen, weil sonst wirkt das nicht so gut. So, genau. Du kannst auch die Hintergrund hier hinter den Kästchen ändern. Das heißt, du hast wieder alle Möglichkeiten, das cool für dich anzupassen. Und noch eine letzte wichtige Information dazu. Wenn du eines der letzten Videos gesehen hast, hast du vielleicht auch gesehen, dass wir ein richtig großes Desktop-Release rausgebracht haben. Das heißt, alle Mobile Funnels sehen jetzt auch auf normalen, größeren Browsern und Auflösungen tut du bene aus. Und genau auch mit dieser Komponente, das heißt, alle neuen Komponenten, die kommen, die sind von Anfang an schon richtig gut responsive gebaut. Das heißt, je nachdem, wie viele Fragen du eben hast, reiht sich das auch anders an und wird eben dementsprechend auch dargestellt. Aber jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Warum solltest du überhaupt solch eine Frage oder diesen FAQ-Block einbauen? Und zwar der Grund, warum sich diesen so viele Online-Marketer wünschen und was auch einfach nur Sinn ergibt, egal welchen Funnel-Typ du gerade laufen hast, dein Interessent, der den Funnel gerade besucht, stellt sich verschiedene Fragen. Und das Problem ist, oder die Challenge ist, häufig sind diese offenen Fragen, die sich dein Interessent gerade stellt, der Blocking-Faktor. Also das ist genau das, was deinen Interessenten davon abhält, sich eben hier einzutragen. Weil die Person denkt sich, ah, okay, jetzt zum Beispiel, das sind Template-Vorlagen, muss ich für Updates bezahlen. Denken sich vielleicht, viele Interessenten bei dir sind vielleicht andere Fragen. Wenn ich eine Frage habe, gibt es jemanden, der mir hilft, vielleicht fühle ich mich alleine gelassen, wenn ich mich hier eingetragen habe. Oder kann ich monatlich kündigen? Das ist jetzt so ein bisschen, das sind so FAQ-Boxen auch von uns so ein bisschen inspiriert. Aber dementsprechend ist es eben nicht nur irgendeine Komponente, sondern die Komponente, wenn du genau weißt, was deine, welche Fragen deinen Interessenten gerade im Kopf rumschwirren, helfen ihn oder ihr halt absolut, ja, sich besser abgeholt zu fühlen. Und dementsprechend wird es auch wieder deine Konvertierungsrate steigern. Und deshalb kann ich dir diese Komponente nur so ans Herzen legen. Letzter Punkt, du kannst es natürlich auch für andere Zwecke einsetzen, ja. Zum Beispiel, das ist jetzt ein klassischer FAQ-Prozess, was total viel Sinn macht. Ich stelle mir als Interessenten eine Frage, ah cool, ich habe mir gerade die Frage gestellt, ihr beantwortet die hier gerade für mich. Super. Aber du kannst natürlich auch zum Beispiel Features darstellen. Du kannst ihn auch anders einsetzen, ja. Du sagst, schreibst jetzt hier zum Beispiel hin, die schnellsten Mobile Funnels. Und wenn man dann mehr lesen will, dann kann man das ausklappen und findet noch weitere Informationen. Genau. Okay, ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, das einzusetzen. Test es aus. Check auch mal deine Konvertierungsrate. Wenn du wirklich die Fragen hier triffst, die deine Interessenten bewegen, dann lege ich echt meine Hand ins Feuer oder würde ich wirklich wetten, dass deine Konvertierungsrate absolut steigern wird, weil man sich einfach besser abgeholt fühlt. Und es ist wieder mal eine weitere tolle Möglichkeit, einfach Inhalte gut interaktiv eben darzustellen, sowohl mobile als auch auf Desktop. Alright, viel Spaß damit. Lass mir gerne einen Daumen da, wenn dir das Feature gefällt, kommentiere gerne darunter und bis zum nächsten Video.